Du musst da jetzt nicht drauf gehen. Jetzt sag ich, du hast mit dem Bein die hier hinten raus und ich geh mit dem Bein da hin. Jetzt musst du irgendwas sagen. Ich geh auf diesen und du gehst auf den. Ich bleib einfach stehen, ja? Warten. Jetzt bist du da. Jetzt steh ich hier zur Herbst. Jetzt geh ich auf den. Hast du noch ein bisschen reingekommen? Okay, dann darfst du hier hin und dann geh ich da. Alles klar.